Jo, ne mach ich auch nicht. Ach komm, ich will nicht schon wieder heilen. Wenn die Sounds nicht so laut werden, würde ich die anmachen, aber die sind voll extrem laut. Ich hab die über den Mixer leiser gestellt. Über den Lautcheck im Mixer normal, ne? Hab ich auch schon, 1%. 2% Das juckt dem eher weniger. Bei mir nicht. Deswegen hab ich die ausgemacht. Gibt's keine Pokémon Sans. Ja. Also muss ich alles übertrieben laut stellen, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Glomanda war ich hier. Hab ich schon Geld? Ja, ich nehm Glomanda. Geld. Hab ich rüber gemacht. Hast du eigentlich auch schon Geld? Aha. Ja, komischerweise, ich hab schon voll Geld. Eichs Paket. Ich glaub, so anfangen hast du auch Geld. Ein bisschen was. Ja, dann nimmt Gary Shiggy. Oder Flash, ehrlich gesagt, Shiggy. Passt ja sogar. Ähm, warte mal. Du meintest was Geld? Ja. Ich auch. 3000. Hm, genau. Der erste Kampf geht los. Mhm. Ich darf wieder zurück klatschen, ey. Ich krieg' nen Hass. Ja. Schade, dass man's nicht super so Multiplayer-mäßig spielen kann. Das hört man was nicht. Ja, leider gibt's kein MMO, sonst würde ich das zocken. Naja, jetzt gibt's nen MMO. Mit Feuerrot brauchst du da die Edition zu, also die U. Aber das ist komplett alles auf Englisch. Und da drauf hab ich kein Lust. Naja, Englisch. Wär mir lieber, wenn das dann in Deutsch ist. Ja, mach du mal Routenschlag. Naja, hab ich grad auch gesehen. Weiß gar nicht, was Routenschlag macht. Und sinkt die Verteidigung, soweit ich weiß. Ah, juckt mich nicht. Angriff ist die beste Verteidigung. Und zu Anfang war das aber nicht so wirklich, dass du das brauchtest. Ja, damals in den nächsten. In der ersten Generation. In der späteren Generation hat das wohl reingehauen. Nein. Du machst mein Pokémon nicht fertig. Zum Glück hab ich noch Trank. Ich bin aus dem Arsch gewesen, hab Trank benutzt und war genau in der Stadt danach drinnen. Okay. Weil du kriegst ja Trank in deinem PC drin, ne? Zu Anfang. Du kriegst auch wenn der Typen da mit dem Feld anquatscht. Ich weiß, ich hab gewonnen. Wegen Shigi. Тemplander erreicht Level 6. Ja, aber zu Hause in der PC ist mal nicht ein Trank drin. Und wenn du weiter hochläufst, dann catch den Typen. Ja, ich weiß ja, ich weiß ja auch. Ne kleine Spende von dem. Pyktx, Pyktx. instructor Maa saying. Pu ты üüüü für mich. Komm. 125 oder hat die Musik auch ein bisschen zu schnell. pu ist 112. Hast du Speed gemacht oder was? 112 bisschen schneller kann man das dann einstellen drück Minus Open Speed Minus normalerweise müsste er da höher gehen bei dir das siehst du unten links in der Ecke und auf Plus oben also nicht auf dem Nummernfeld ich meint neben der rechten großschreibt hast du ne macht er nix ok bei mir ja naja kann ich ja gleich noch gucken im zweiten Part warte mal ich weiß grad gar nicht mehr dann läufst du auch schneller ne einen kleinen Tick ja ähm war in Marokko war Elektro und Käfer aber Taubstie kann ich mir ja trotzdem schon hey warum hast du schon bei äh wie kannst du den Elektro schon bei Rokko haben der Tanja weil gibt's Pikachu ok der Tanja weil gibt's Pikachu aber ich sollte mal meinen meine Maus aus dem Bild nehmen ja hab ich grad auch immer gehabt ne ich hab ihm ich muss ja drauf drücken weil ich das Textdokument grad aufgemacht hab ich glaub das kann man sogar einstellen dass die Maus nicht angezeigt werden soll ne ich glaub also ist das unprofessionell ich glaub da ging das nicht ja komm ich bin überlegen auch äh zwei Parts immer zu nehmen immer sonntags oder so gucken ja dass das ein bisschen schneller vorangeht oder wie meinst du ja muss noch was zurücklaufen oh ich auch ja oh ich auch mich nackt als Taub sie fast schon aus hier ja mit seinem Windschuss ist das heftig mhm wo geh ich jetzt weiter oder nicht ich hab jetzt Angst weiter zu gehen egal mhm ich sterbe sterbe ich ne fünf Minuten hab ich noch um meinen ersten Cut zu machen ich geh wieder zurück ein Ratzratz der wird zwei ja toll komm nein ich geh genau auf die Wiese und krieg direkt ein Pokémon nein du kannst über die rüberspringen über die Dinger ne hm ja aber diesen ja obwohl ich bin dann kommen außer bei dem letzten Rest kannst du den nicht mal haben jetzt hab ich vergessen mir den Trank abzuholen Mutti komm lass mich bei dir schlafen oh ja so geil her damit sei nicht so geizig her damit gib her na geht doch sei nicht so geizig übrigens über Option kannst du den Text schneller stellen ne ja das hab ich schon 3 ja ich auch ja und durch die 112 Geschwindigkeit ist das nochmal ein bisschen gehts noch ein bisschen schneller das wir kurz ja ich guck gleich mal bei und luft hoch vor allem das ist so richtig schön bequem du kannst dich ordentlich hinsetzen ich hab mein MIG mein Kopfmembraner ordentlich gemacht bei mir und dann richtig schön auf den Bildschirm gucken dabei ich weiß und ich hab schon Kontrolländer und kann auch schon zauern naja achja achja ach man warum immer nur Taubsi ich zock ja mit ne? ich krieg immer nur Taubsi alter ich krieg nen Hass bei dem scheiß Viech ich ich also Taubsi mag ich nicht wirklich ich mag Taubos ja und und dieser scheiß Windstoß ey ich zock mit dem N.E.S. Controller ja du brauchst dann ich hände immer an dem schönen PS3 Controller vor allem weil der eigentlich so ist wie eigentlich ein normaler Gameboy ja ist er ja auch ja Level 8 blubber dann gib mir mal das Paket für den Herrn Professor her damit dankeschön und ne tschüss tschüss ich komm dir eigentlich ich komm dir grad wieder entgegen ja ja ich lauf jetzt wieder hoch ja das ist schade dass das nicht als richtiges MMO gibst das wär geil überleg mal wie viele das zocken werden das kommt auch noch dazu ja klar aber nein Nintendo will das ja leider nicht machen dann kannst du das ja also kannst du sogar im Zweierteam gegen den Arenaleiter kämpfen oder so ja das würde dann auch noch dazu kommen dann kannst du dir dann kannst du ein kleines Team bilden sogar ja dann kannst du sagen vielleicht sogar so ne Gilde auch machen zu hm hm du kannst nicht mit dem Typen absprechen wer welche Angriffe nimmt ja ja aber dann würde ich sagen maximal drei Leute ne zwei würden sogar reichen ne maximal vier dann kann man nicht zwei gegen zwei machen dann gehen wir nochmal schnell in den Markt ja so dank bla 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 auf wenn man das als normales AP machen würde alleine dann könnte man auch vorlesen oder so aber so ja sicher aber ne aber wenn ihr es lesen wollt könnt ihr noch Pause drücken viel Spaß dabei dann dauert das Video aber noch länger hm sicher klar ja wie sieht mein Pokémon aus schick's auch mal erster Cut kommt auf gleich in vier Minuten dude professor ach ich was hab ich eigentlich die was hm Stunde kann ich jetzt noch machen ein Stündchen ja ja düddud mach ich will das Radio eigentlich gar nicht schlecht dieses LP Radio hm vor allem keine Karte vergess das da Ja schick, trotzdem eine Karte Welche Karte? Von Garrys Schwester Ich hab noch nicht mal ne Karte In Alabastia, das Haus neben Darns, da kriegst du ne Karte Jetzt musst du wieder zurücklaufen Jo, viel Spaß Ich glaub du solltest den Text ein bisschen mitlesen Nein, ich lese nicht Ein klein bisschen überfliegen Kann ich nicht Hallo da auf Sie Eines Tricks Sie Voll am Gloombeiner schon Level 7 Bei mir Aber Blubber Blubblubblub, hast du gleich auch Level 8 und neuer Fähigkeiten bekommen Naja, ich weiß gut Da Aber gestern vor kurzem Bisschen so kurz zur Cup, weil ich ne Karte hatte Ja, why not Oder auch nur bis Rocco Mehr auch nicht Ne, ich hab noch Level 9 war das Das hat er glaub ich gut Ah, hier wird schon Blubber Ja, das ist glaub ich unterschiedlich Vor allem, ich glaub Shigi entwickelt sich ja früher als Glomander Ne, ich glaub beide ab Level 16 Keine Ahnung, ich weiß was nicht Ich glaub immer 16 und 32 Ich guck aber auch nicht Ja 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 Nochmal gegen Pokémon Kämpfe macht mir auch nix aus Ne Ich muss nicht wie ein Käfer Pokémon haben Langsam Zeit Yay So Einmal heilen bitte Ja Du mal Danke Also Elektro Käfer was Taupsi fangen gehen eigentlich für später Ja Kann ich schon überlegen gerade Kaufen Dann kaufe ich mir mal Ähm Sechs Pokerbälle Kann man ja immer gut benutzen Gegengifte Gegengift, was ist das? Brauch kein Mensch Sehen den Vertanierwald Sondern wie war das denn hier? Und hier konnte man ja auch nochmal lang